So Kinder, guck mal, ich hab Blaubeeren. Die sind lecker und in meiner Lieblingsfarbe. Oh, meine Lieblingsfarbe ist durchsichtig. Meine Lieblingsfarbe ist Regenbogen. Ich finde Regenbögen ganz toll. Ich auch, ich finde Regenbögen sind das Allerschönste am Regen. Und was mögt ihr noch an Regentagen? Pfützen! Ja, Pfützen mag ich am liebsten. Die mag ich auch am allerliebsten, weißt du? Nein, Lu, wir können nicht beide dasselbe am liebsten mögen. Also such dir bitte irgendwas anderes. Heute finde ich es toll, dass Lu und ich Pfützen am liebsten haben. Weil sie dann nämlich extra doll Platsch machen. Große Spritzpfützen mit Deckeln habe ich echt am allerliebsten. Weil wir hier die ganze Zeit darüber reden, was wir am liebsten mögen, macht mich das ganz heppelig. Ich finde es toll, ganz hoch zu springen. Wee! Das ist echt toll, das ist doch super. Wee! Hey Schella, mir ist noch was eingefallen, was ich am liebsten mache. Mit allen zusammen hochzuspringen. Wee!